Simon Bodemann wieder zurück beim SC Bern mit 4 zu 1 gewinnter Hütte gegen die SCL Tigers. Wie war es für dich für die Saison Premiere in der PostFinance Arena? Ja, sehr, sehr schön. Ein super Start, herzlich empfangen wurde. Es war auch sehr schön und drei Punkte, glaube ich, das Wichtigste heute Abend. Du bist schon beim ersten Spiel wieder ein Blitzstart gelungen. Wie hast du die drei Dritte erlebt? Das erste war auch sehr gut für deine Seite. Wie hast du dann zum zweiten und zum dritten gesehen? Wie du sagst, ich glaube, wir haben sich in den Grundstreik geleitet. Im ersten Drittel haben wir schon so davonziehen, dass es für sie schwierig war. Wir haben vielleicht auch einen Gang retourgeschaltet, was wir eigentlich nicht wollten. Wir haben gewusst, dass wir morgen wieder gegen sie spielen. Und sie eigentlich wollen 60 Minuten unter Druck setzen. Aber es ist uns leider nicht ganz gelungen. Was nehmt ihr vom Spiel heute morgen mit? Ich glaube, unser Tempo. Heute Abend, wenn wir unser Tempospiel gemacht haben, ist es sehr, sehr schwierig für sie. Wir haben phasenweise in der eigenen Zone eingeschnürt. Und genau das müssen wir morgen so machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.